Bei jedem Wetter in Darmstadt tanzen lernen. Hier geht es um deinen Tanzerfolg, also darum, dass du tanzen lernst im Umkreis Darmstadt über einen eigenen Privat-Tanzlehrer, der zu dir nach Hause fährt und dich tänzerisch bei jedem Wetter begleitet. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne sage ich dir auch, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen lernen. Hier geht es um deinen Tanzerfolg. Wenn du dir vorstellen kannst, von mir, dem ADTV IHK World Dance Council Hüdesiegel ausgebildeten Privat-Tanzlehrer, tänzerische Unterstützung zu dir nach Hause, in deine Immobilie, bei dir daheim, in dein eigenes Wänden, dort reinzuholen für deinen Tanzerfolg. Dann der Vorschlag, wenn es um dein Thema Tanzen geht, lass uns in Kontakt kommen über das Kontaktformular oder über das Telefon 0176 840 44 661.